Hallo zu einem neuen Video von E-Meise. Ja, ihr seht, ich habe ein bisschen ein anderes Setting gewählt. Heute mal wieder im Wohnzimmer. Und die Möglichkeit besteht, dass ich euch die Katze vorstelle. Rosalie, die liegt hier hinten. Ich glaube, es gab noch nie ein Video, in dem Rosalie aufgetaucht ist. Bisher hat es immer nur Luna in die Videos geschafft. Wir haben auch eine Katze. Und die macht es sich gerade da hinten gemütlich. Ich möchte eigentlich ein kurzes Video machen. Der Akku in der Kamera hält auch nicht mehr lange. Und deswegen versuche ich, mich kurz zu halten. Ich versuche euch ganz kurz nochmal, was in dieser Woche passiert ist, zu erzählen. Ich habe ein langes, ausführliches Video gemacht mit wahnsinnig viel Reaktion, positiv wie negativ, zum Thema, warum habe ich mir ein Tesla Model 3 bestellt. Das wollen wir nicht nochmal aufwärmen. Aber trotzdem, vielen Dank für das viele Feedback. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz etwas sagen. Ich habe in den letzten Monaten oder Wochen so gut wie keine Kommentare mehr unter Videos gelöscht. Und trotzdem verschwinden immer wieder Kommentare aus den Videos oder unter den Videos. Das tut mir schrecklich leid. Das bin nicht ich als Moderator dieses Kanals. Ich lösche keine Kommentare, beziehungsweise wenn, dann nur wirklich saudumme. Ich war es nicht. Ich habe intensiven Kontakt mit Gabor Reite. Ihr kennt ihn aus den verschiedenen Videos auf YouTube. Nämlich von ihm verschwand ein Kommentar, ein langes Kommentar. Wir sind dabei herauszufinden, warum das passiert. Ich habe jetzt aber auch von anderen Kommentatoren gehört, dass ihre Kommentare, die sie aufwendig geschrieben haben, einfach verschwinden. Das ist irgendein Filtermechanismus von YouTube. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Also verzeiht bitte, wenn eure Kommentare plötzlich weg sind. Ich finde die dann auch nicht mehr. Die kommen auch nicht in ihren Spam-Ordner oder irgendwas. Die werden einfach gnadenlos offensichtlich von YouTube gelöscht. Also das ist irgendwas, was ich noch rausfinden muss. Tut mir wirklich leid. Was ist in dieser Woche passiert? Ja, der Referral Code, den ich verwendet habe, der übrigens von Christian war. Ihr kennt Christian aus verschiedenen Videos, die wir schon zusammen gemacht haben. Die E-Auto-Dialoge, die E-Golf-Probefahrt und so weiter. Der hat mir seinen Referral Code dankenswerterweise gegeben. Er war ja auch übrigens der, der mich zum allerersten Mal Elektroauto hat fahren lassen in seinem Model S. Und jetzt finde ich es dann eigentlich auch genau richtig, dass ich seinen Referral Code bekommen habe für die Bestellung des Model 3. Ich bin angerufen worden von Tesla am Dienstag, glaube ich. Die haben sich gemeldet, haben freundlich gefragt, ob sie noch irgendwas tun können für mich, wann ich mein Auto haben will. Also offensichtlich hätte ich auch sagen können, ich möchte so schnell wie möglich. Dann hätte man vielleicht sogar die Chance bekommen, das noch früher haben zu können. Ich habe dann gesagt, nee, nee, ich muss ja erst noch mein Auto verkaufen und so weiter. Also ich denke, März ist für mich schon eine ganz gute Sache, obwohl ich natürlich total heiß bin auf das Auto. Auf der anderen Seite sieht man jetzt, die ersten Model 3 werden ausgeliefert in Europa. Und es hat tatsächlich ein bisschen zum Chaos geführt. Man liest schreckliche Geschichten im Internet, was alles schief geht. Unterschiedliche Auslieferorte werden genannt. Die Rechnungen stimmen nicht und, und, und. Also Tesla scheint ordentlich überfordert zu sein momentan mit dieser Massenauslieferung. Da ist es vielleicht ganz gut, wenn man so ein bisschen in der zweiten Reihe steht und sich bis dorthin so der Rauch etwas gelichtet hat. Ja, ansonsten versuche ich natürlich den E-Golf zu verkaufen. Tesla hat mir zwar ein Inzahlungnahmeangebot gemacht, aber das ist wirklich nicht so gut, wie ich mir das insgeheim erhofft habe. Also darüber werde ich meinen E-Golf nicht verkaufen können. Ich habe ihn jetzt offiziell in eins der Portale eingestellt, das mit der 24. Also wer danach suchen mag, der findet es dort. Ich werde übrigens, weil ich das hier mit dem E-Golf erzähle, auch heute Dauerwerbesendung einblenden. Nicht, dass das hier irgendwelche illegale Werbung ist, auch wenn es um mein eigenes Auto geht. Aber da möchte ich nicht in rechtliche Probleme kommen. Und übrigens blende ich euch unten in der Videobeschreibung, schreibe ich euch eine E-Mail-Adresse rein. Da könntet ihr mich kontaktieren, wenn ihr Interesse hättet, den E-Golf zu kaufen. Dann kann ich euch alle Daten schicken und so weiter und ihr könnt es euch nochmal überlegen. Ja, also es wird jetzt spannend. Ich habe tatsächlich gar nicht mehr so viel Zeit, auch wenn ich heiß bin auf das Auto und auf das Model 3. Aber die Zeit wird sicherlich sehr schnell vergehen und ich muss noch einiges erledigen, bis ich dann das Ganze auch wirklich in Empfang nehmen kann. Ich möchte auch nochmal ganz kurz was zu dem wirklich überwältigenden Feedback sagen auf die letzten beiden Videos. Also sehr viele Kommentare, positive wie negative, zum Thema Model 3. Ich möchte eine Sache vielleicht loswerden. Vielen Dank für eure oder für die ein oder andere Psychoanalyse über meine Persönlichkeitsentwicklung und solche Dinge. Und auch, dass ich mich offensichtlich zwanghaft rechtfertigen muss. Nein, ich muss mich nicht zwanghaft rechtfertigen. Leute, das ist ein YouTube-Kanal und auf so einem YouTube-Kanal, da erklärt man Dinge. Und dann erklärt man eben auch manchmal sich selbst. Wenn ihr das nicht sehen wollt, dann müsst ihr diese Videos ja dann auch nicht anschauen, auch wenn sie euch zu lange sind. In der nächsten Zeit steht natürlich auch noch so manches anderes an. Also nicht nur Model 3. Nein, ich werde unter anderem noch auf einer Podiumsdiskussion dabei sein. Wahrscheinlich mit Jana Höfner zusammen. Ihr kennt sie aus dem sehr bekannten Podcast, Electrify BW Podcast. Also da werde ich offensichtlich auch dabei sein. Das wird in der Nähe von Baden-Baden sein. Da werde ich euch vielleicht kurz vorher noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Und vielleicht dann auch, wenn es irgendwie möglich ist, dabei ein bisschen filmen oder darüber berichten. Da soll es eben eine Podiumsdiskussion, da soll es um das Thema Elektromobilität der Zukunft gehen. Da sind wohl offensichtlich auch Leute von den Energieversorgern dabei und eben Jana Höfner. Das wird sicherlich eine ganz spannende Sache. Und ansonsten natürlich werden wir weiter aus unserem Elektromobilitätsalltag berichten. Und unseren Bemühungen hier irgendwie mit regenerativen Energien was zu machen. Also daran wird die ganze Sache mit dem Model 3 ganz bestimmt nichts ändern. Und das soll es auch schon für heute wieder gewesen sein, für heute Abend. Ich finde, Rosalie hat sich in ihrem ersten Videoauftritt ziemlich gut gemacht. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dürft ihr sie gerne unten reinschreiben. Gebt uns einen Daumen, lasst uns ein Abo da. Das wird uns wirklich freuen und ich verspreche auch, dass Marissa wieder in den Videos auftauchen wird. Es ist nicht zur großen Beziehungskrise gekommen, nur weil ich mir ein neues Auto bestellt habe. Aber Marissa ist von der Schule her auch heute Abend wieder ganz schön unterwegs. Und deswegen habe ich ein bisschen Zeit, dieses Video zu machen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.